Für die Zukunft glaube ich, dass das Leben smarter wird. Ich glaube, dass wir zunehmend von lästigen Alltagsroutinen und einfachen Arbeiten entlastet werden, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, dass uns jederzeit Information zugänglich ist, und zwar in gezielter Art und Weise, so wie wir sie tatsächlich brauchen, dass wir also nicht unnötig überschüttet werden mit Information. Ich glaube allerdings, dass es für die digitale Gesellschaft entscheidend wichtig ist, dass wir mehr technische Bildung haben, also Bildung in Informatik und Informationstechnologie, die heute immer noch gegenüber humanistischer und naturwissenschaftlicher Bildung zu kurz kommt. Und ich glaube, wenn wir das erreichen, wenn uns bewusst wird, dass diese technische Bildung entscheidend ist für die Zukunft, dann können wir die Chancen der digitalen Gesellschaft vollständig erkennen und wir können sie insbesondere nutzen, verantwortungsvoll nutzen.